Yo Morugs Leute, was geht? Ich bin der Ahmet von Smirnoff Döner, bin hier bei GoldenEye und wir machen jetzt hier 2. Level Facility. Ich habe gestern nicht geschafft, aber jetzt, ich finde mich gut, weil ich habe nicht getrunken und jetzt, ich werde es schaffen, also gerne andere Laboratorie, Renderboot mit 06, ja, das haben wir. Und dann muss man alles zerstören, man muss die Minimize, die Casualties, also ich muss ein bisschen, ein bisschen hier so Leute töten. Also, jetzt machen wir hier Geschichte, machen wir mal weg. Ich bin wieder hier, der James Bond, URMW3 und Black Ops. Aber nein, das mache ich nicht hier Toilette rein. Ich gehe diesmal, kann ich nicht, also ich muss Toilette rein, also ich gehe. Hier bei Toilette rein. So, da drin ist, ich moro. Boah Alter, der ist tot. Ja, ich muss aufpassen diesmal, ich muss diesmal schaffen. Sonst ist das Fail. Der ist tot. Der ist tot. Der ist tot. Nur um die hier an. Ja, die sind alle tot. Alter, ich fick die gerade übel. Anal. Ja, also wo muss man nochmal hin? Ja, genau, ich muss das hier öffnen. Diese Tür. Das hier. Auch muss ich öffnen. Also, ich geh mal hier rein. Ich glaub, das war... Ne, da, wo, oder was? Mal gucken, was hier ist. Also, ich weiß nicht, ich muss hier die Tür öffnen. Der ist tot. Ja, hier diese Türe muss ich öffnen. Also, ich guck mal überall. Ist hier? Ah, find hier komisch. Ah, das ist schon unten, dann glaub ich. Also, hier ist Meer und Dünne. Ich hab ja gestern nicht geschafft, Mission. Weil, ich habe gefeiert. Ah, hier ist Toilette. Oh, was geht, Alter? Ich lauf immer im Kreis. Ah, hier muss ich schon lange jetzt verstehen. Oder? Muss ich hier entlang? Ja, ich glaub schon, ich muss da rein. Oh, Alter, das ist... Das ist voll kompliziert, diese Track. Da geh ich mal hier. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Habe ich falsch gemacht? So, ich schlade immer nach. Ah, ich verstehe hier. Ich hoffe. Jetzt müsste ich gar nicht so lange herumprobieren, weil ich weiß, hier ist offen und es ist hier auch offen. Und der, jetzt gar nicht den Türke. Der hat nicht mal was mitgekriegt. So ein Spast, Alter. So ein Spast, Alter. Hier muss nicht rein, das Gas kann man wie immer. Wo war das alles der? das war ein fukushima oder so aber ja auch irgendwas mit gas ich weiß gar nicht aber ich habe vergessen schon oder muss ich hier rein was will der aber ich weiß so richtig gewesen was ich hier drehen also ich klicke gar nicht durch weiche gestern überhaupt ich weiß gar nicht ich weiß echt gar nicht gerade was los ist aber egal ich mache das panzerung security dollar upgraded oder was so ich muss hier nicht beruf machen alter tut mir leid alter das sind ja über 20 oder so so ich guck mal nach jetzt so wo ich jetzt der 06 musste hier ist der jetzt habe ich jetzt muss ich diese teile da zerstören oh for england dreams ja for england alic oh und die andere halte habe ich geschafft jetzt jawohl ich habe geschafft ich habe die level abgeschlossen endlich und jetzt ist mir hier bei nächsten mission aber also ich mache jetzt erstmal schluss ich mache nächsten mission dann nachher mein name ist armit von smirn auf döner bitte abonniert uns gibt uns so hoch wenn es euch gefallen hat ich weiß es hat euch gefallen dieses spiel ist geil also gibt uns dann daumen hoch abonniert und favorisiert danke tschüss ich bin armit viel spaß viel spaß